Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 20 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Heute geht's gegen Hamburg. Und ja, ähm, wie spielen wir denn da? Blau und Weiß und Hamburg in den... Ne, dann spielen wir doch in grün, ne? Und Hamburg in traditionellen Heimtrikot. Halter. So, das ist unsere Startformation. Vergisst nicht, heute ist die letzte Folge zum Abstimmen, was ich morgen streamen soll. Also, das ist unsere Startformation. Auf geht's. Auf geht's, Freunde. So, im HSV-Stadion. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde. Heute sind wir hier zu Gast im Hamburger Volksparkstadion. Ich bin wie gewohnt, wohlfuss, zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und wir zeigen... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, Weiss James kehrt wieder in die Startformation zurück. Das müsste abseits sein. Das ist abseits. Alles richtig gesehen. Hamburg versucht das mit langen Bällen, merke ich hier gerade. 4, 5, 1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Geschehen? Im Grunde die klassische Verteidigung. Und Cecil Young ist auch wieder zurück. Oh. Boah, du's mit dem Pfostenschuss. Havertz. Havertz. Havertz, Boah, du's. Aber das klappt das Zusammenspiel nicht so. Nee, das ist auf jeden Fall kein Elfmeter. So, das ist Cecil Young, der auch mal wiedergekommen ist. Boah, du's. Das ist auch kein Strafstoß. Das war aber ein Foul. Boah, guter Pass von Borges ist da. Kai Havertz. Havertz. Boah, du's. Aber wir sind hier wieder völlig überlegen. Wie gegen Schalke. Aber wir machen die Tore noch nicht. Wir machen die Tore nicht. Jetzt mal Hamburg mit einer etwas längeren Ballbesitzphase. Oh, ist Cecil Young da? Es war kein guter Pass. So, das war jetzt mal gut gespielt, aber ein bisschen zu lang. So, Foden jetzt mal. Das war gut gemacht von Foden. Und das muss Cecil Young machen, das Tor. Das muss er machen. Und da hat sich ein Spieler verletzt von Hamburg. Aber das muss das 1 zu 0 von Cecil Young sein. Und das muss er machen. Hey, was ist das denn? Wieso schließt er dich richtig ab? Ja. Also, sorry, aber... Ja. Und das war ein Foul von Aguilben. Der bekommt da die gelbe Karte. So, letzte Möglichkeit. Kurz vor der... Kurz vor der... Kurz vor der Halbzeit. Kurz vor der Halbzeit. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Kopf schütteln. Echt. Also bei unserer Chancenverwertung im Moment. So. Äh, ich will aber nicht wechseln. Es hat mir trotzdem grob und ganz gut gefallen. Weil wir gute Chancen hatten. Besser Chancen haben und die dann erstmal nicht reinmachen. Anstalt gar keine Chance zu haben. Und es geht gleich so weiter. Ey. Endlich. Foden macht's. Wir wechseln. Ähm, Havertz wird jetzt rausgehen. Und Sensho wird kommen. Yasherin wird für Foden kommen. Und, äh... Silver wird für Boadous kommen. Die treffen wir da vorne irgendwie alle nicht. Aber Foden trifft. So. Jetzt liegen die Möcke hier vorne. Das spielt ihn in die Karte. Hier ist der Spiel der Kastgeber in der Bundesliga. Gleich gibt's ne Auswechslung bei der Heimatschaft. Oh, guter Beider von Sensho. Beziehungsweise von... Yasherin war das, glaube ich. Aber Sensho macht das Tor auch nicht. Oh, gut gemacht da von Akivi. Oh, das war nicht gut gemacht von... Das ist der Jungen da. Also unsere Spielweise gefällt mir ehrlich nicht. So wie ist James jetzt. Und Silver macht 2 zu 0. Das dürfte aber jetzt die Entscheidung sein. Dritte Saisontürfer für Fabio Silver. Das ist ein Ball für Lunin. Den hat er auch... Oh, Gott. Von wem war das denn? Wer war das denn? Wer hat der denn gerade den Fehler gemacht? Ich glaube, das war Tonali, oder? Wer hat denn da gerade diesen katastrophalen Fehler gespielt, ey. Und der Pfosten da von Yasherin. Eine Auswechslung bei den Gasgebern steht an. So, jetzt haben wir aber unsere Ballkontrolle. Und Sensho. und die Ballkontrolle. No, es ist jetzt schon � entrepreneurship 가지 tunal. Rie. Nein. Jetzt kommt der Wechsel, der verletzte Spieler muss runter. Ach schade, der war nicht besser. Das kann ich dir nicht. Also, wie gesehen, kann man wohl davon ausgehen, dass die Fans grundsätzlich zufrieden sind. Dadurch ganz bei dir, Wolf, die Leistung der Mannschaft passt. Okay, wie lässt sich da ein bisschen austanzen, gewinnt dann aber doch nicht den Ball. Ich möchte gerne zu Null spielen, das klappt natürlich nichts. Oh, oh, oh. Jo, wir gehen dann winnen am Ende, 2 zu 1 und das Tor da in der Nachspielzeit, ja, Kopfschädel. Da hat mir die Abwehr nicht gut gefallen, ja, und die Verfolger gewinnen auch alle. Bayern gegen Stuttgart 2 zu 1 und Leipzig gewinnt 3 zu 1. Danke, dass Sie so kurz nach Abwehr vor unsere Kamera gekommen sind. Er muss vorsichtig sein. Ich danke Ihnen. Wir haben nochmal ein... Ja. Unsere Ziele sind in Gefahr, ich weiß. So, wir haben 50 Punkte, immer noch 5 Punkte Vorsprung auf Leipzig und ich glaube, gegen die spielen wir jetzt. Also es wird ein Top-Spiel werden. Leihangebot für Mendez. Nehmen wir natürlich an. Leihangebot für Uber und für Kamera. Angebot annehmen. So, für Kamera. Schelzi. Da gucken wir noch einmal. Kamera. 26 ist er jetzt. Tudibus auch 26. Ne, eigentlich möchte ich ihn nicht. Ne, möchte ich nicht abgeben. Wir kümmern uns jetzt aber schon mal um die Startformation. Ja, Silber wird auf jeden Fall reinkommen. Und dann bin ich eigentlich geneigt, dass wir auf jeden Fall Miniot für Argo hinbringen. Und Florentino auch wieder reinbringen. Äh, die Endverteidigung werden wir auf jeden Fall wechseln. Da wird auf jeden Fall Sama wieder kommen. Und ja. Hakimi bleibt. James bleibt auch. Und für Cessin Jung möchte ich gerne Almada bringen. So, dann wird mich Rodrigo da hinspielen. Äh, was war das jetzt noch? De La Viga, genau, wird auch kommen. Und zwar für Sancho auf die Bank. Und ja, ein Bolo kommt im Sturm für Boadus. Gut, geben wir unser Top-Spiel auf jeden Fall an. Und dann nach im Pokal gegen Mainz. Aber dann in der nächsten Folge. Pressekonferenz. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Rotation ist natürlich wichtig. Alles bleibt beim Alten. Wieso wird jedes Mal die Laie abgelegt? Ich glaube, weil er bei uns, äh, zu viel Gehalt bekommen kann, was kann das sein? Keine Ahnung. Ich ändere doch nochmal was. Ich werde ein Bolo reinschicken. So, zack. Weil der gerade ein bisschen Boost bekommen hat. Ich hoffe, das nützt was. Ansonsten, ja. Gehen wir an. Spitzenspiel in Wolfsburg. Wolfsburg, also Heimspiel. Gehen wir direkt rein. Ich hoffe, das war jetzt nicht ein ganz so großer Fehler, das zentral-defensive Mittelfeld jetzt so heftig umzubauen. Wir können jetzt auf acht Punkte von Leipzig wegrüßen. Das ist auf jeden Fall ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir haben natürlich Heimvorteil. Das müssen wir ausnutzen. Und dann haben wir ihn in der ersten Zeit. Wir haben jetzt ein Sechs-Punkte-Spiel. Und wir haben jetzt ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir haben jetzt ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir haben jetzt ein Sechs-Punkte-Spiel. Und wir zeigen euch, wie es ist. Jetzt James Todivo-Zah. Und Almada. Und Billiot. Was war das denn jetzt? Das war das jetzt? Wieso hat er abgefiffen? Das muss ich jetzt nicht begreifen, oder? Sie stehen vor allen Dingen defensiv. Richtig gut. Wird schwer, Sie hier zu Hause in Bedrängnis zu bringen. Aber das. Und klar, das sei heute so weiter. Klasse Aktion. Ball ist weg. Kann er was ausmachen? Hakemi. Muss da hin, macht er auch. Und jetzt geht's schnell nach vorne. Mit Mbolo. Das macht er gut. Nein, das ist schwach. Zu viel kommt nicht ab. Billiot. Gefährlich. Mbolo. Bevor er abschließen kann, wird er dann auch geblockt. Biodiot. wieder zu lange gebraucht um den abschluss dazu suchen masuari gut davon nun Almada da ein bisschen zu eigensinnig hätte da vielleicht ein bisschen mehr abspielen können jetzt noch mal der versuch haki wie grandios ein bolo 1 0 hervorragend gemacht von almada und das hat sich doch gelohnt dass ich da ein bolo eingesetzt hatte weil ich hatte es irgendwie so ein gefühl dass der uns helfen kann aber almada auch richtig gut fünftes saisontor für ein bolo gut gemacht von havertz almada wieso geht er nicht haki wie großartiger lauf aber da kommt keiner an zum flanken und wir stehen halbwegs wieder relativ hinten gut sind wieder geordnet wobei kaum sage ich es kommen sie zum abschluss und lunin hält da die null überragend was lunin diese saison macht almada aber zu weit vorgelegt zu weit vorgelegt da war ich ein bisschen auch selber schuld hätte das 2 zu 0 sein können so bleibt es hier weiter spannend 1 zu 0 wir wechseln wir werden jetzt jascha reden auf jeden fall bringen jascha reden ich glaube ich hoffe ich spreche ihn so richtig aus die juri jascha reden oder jascha reden oder jascha reden fede fede klasse pass bald schon wieder weg gut gemacht Kai Havertz Embolo jetzt wenn es jetzt schnell geht dann wird es gefährlich gut auf ich wollte zu havert spielen weil der dann mich ey Hakimi macht ein überragendes Spiel ne so juri jascha reden ui das hätte durchaus gerne das 2 zu 0 sein können äh wir wechseln Embolo geht raus hat sein Tor gemacht und Silva wird jetzt kommen sollte schön juli ui juli Almada und Juri Yashiren macht hier nicht das 2 zu 0 Havertz also wir spielen hier richtig gut so gefällt mir das mir gefällt hat noch nicht dass wir nur ein tor gemacht haben bis jetzt das ist ein Vorteil in dieser Situation ja diese Entscheidung ist richtig das könnte eine Gelegenheit werden boah Turdivo ganz stark so wir wechseln Almada geht raus hat ein überragendes Spiel gemacht und De La Viga wird kommen und nach wie vor steht es hier nur 1 zu 0 Leute und dann darf so ein Fehler von James natürlich nicht passieren überragender Ball überragender Ball von Florentino und das ist es 2 zu 0 ich würde sagen das ist die Entscheidung Havertz macht's aber der Ball von Florentino kam haargenau neuntes Saisontor von Havertz 2 zu 0 steht sie hier sie machen einen guten Eindruck schön dazwischen gegangen Ballverlust so De La Viga auf Billiot und der haut das Ding an die Latte 10 Minuten sind noch zu absolvieren Lorenzo Pellegrini und auf der Gegenseite auch der Latten Treffer es ist klasse Spiel hier aber Leipzig jetzt auch offen 4 gegen 1 Situation Havert ne die Flanke war nicht so gut und und jetzt 3 zu 0 Havertz macht's war ein bisschen Tiki Taka da Pinkpong Fußball aber Havertz macht's 3 zu 0 da ein bisschen Glück gehabt und Havertz macht's dann 3 zu 0 Havertz zehnte Saisontor und damit würde ich sagen sind's acht Punkte Vorsprung auf Leipzig das ist sehr gut das ist überragend Leute äh wie viel hat der Bayern Arcade Spiel noch und hat auch nur Unentschieden gespielt das ist auch gut für uns danke dass sie direkt nach dem Schlusspfiff äh er muss weiter so spielen insgesamt tolle Leistung ich danke Ihnen für das so ich bedanke mich natürlich auch fürs Zusehen lasst gerne eine Bewertung da bis zum nächsten Mal tschau schau 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 schau